Ein Liebesbrief an dich Mein Ein und Alles Unsere Liebe ist wie ein Märchen, das wahr geworden ist. Ein Märchen, das wir gemeinsam schreiben. Du bist meine Prinzessin und ich bin dein Ritter, der dich beschützt und ehrt. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich wie in einem märchenhaften Garten, in dem die Blumen immer blühen. Unsere Verbindung ist wie ein Puzzlespiel, bei dem jedes Teil perfekt in das andere passt. Du bist das fehlende Puzzlestück, das mein Leben vervollständigt. Mit dir kann ich die Welt erkunden, Abenteuer erleben und all die Schätze des Lebens entdecken. Unsere Nächte sind wie ein Gedicht. Ein Gedicht, das wir gemeinsam schreiben. Eine Odee an die Liebe und die Leidenschaft. Deine Berührungen sind wie Verse, die meine Seele zum Singen bringen. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich wie ein Dichter, der seine tiefsten Gefühle in Worte fasst. Deine geliebte Seele 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020